hallo und herzlich willkommen zu einer neuen auch noch von mir heute spiele ich und was bauen wir mal ich bin für wecker seit wann kann man denn hier zu zweit spielen dann waren wir zwecker ihr kennt bestimmt alle master bilder mal gucken ja eisenglock dann immer noch redstone dazu und gold so gut dann ich bin ja bisher sehr am nachteil weil kann halt nicht ich muss mich halt noch ein bisschen gewöhnen wie man hier runter fährt ist aber noch kohleblock wie viel zeit haben wir denn fünf minuten ist das nicht ein bisschen zu klein aber ähm ähm das ist eine stoppuhr naja wie fliegt man denn nach unten kacke so falsch ich Okay. ja wie findet ihr das alter Mann Oups 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 Wir noch bitte weg so machen wir das so gut ich kann halt das noch ein stück höher machen ich weiß halt manchmal nicht wie man runter fliegt also das ist halt blöd so wartet das war falsch ergärt mir mal seit wann das auf dem kombi server dass da zwei leute bauen können also ich weiß nicht seit wann das ist so dann da und da ok da ist höchstuch hier ich bin halt nicht der beste bauen so oh man wie fliegt man nach unten leute könnt ihr mir bitte helfen wenn ihr da so ein bisschen tipps haben wie man nach unten fliegt oder das schreibt sie mir gerne oh kacke ähm und füll das doch noch verdammt das hätte man eigentlich ein stück höher machen können mies na gut dann gucken wir mal kacke kacke ui ja das finde ich schon eigentlich ganz geil ich gebe den mal ich gebe den mal ein ok alles ist auch ziemlich geil alter ja geil super es ist halt so wie fliegt man nach unten verdammt ja das ist auch ganz gut die fliegt die fliegen ja alle nach unten und ich kann nicht mal fliegen ey ja das na das na fisch gib dem mal ein schlecht das ist halt nicht so toll das ist richtig geil ja das ich habe jetzt kommt halt nicht noch so ich weiß halt nicht ob ich mich jetzt so übertan habe damit ach wer ist denn ah ne gut ok das ist weil da ist halt bett und das ist halt nicht das hat hat halt keine details drinnen freunde das ist halt jetzt für ein pupster da ist sie machen er hat alleine gearbeitet das ist auch gut das war ein super das ist das ist geil geworden ich will mir sagen ich habe jetzt schon ein dick in der verteilt das ist auch geil muss ich auch mal ein super geben finde ich sehr cool sehr sehr geil galaxy unikon meister magic ich habe halt alle so ein bett gezeichnet gezeichnet gebaut also hier das mal kurz vor oben das ist auch geil da weint ja ich gebe den mal ein super oh jetzt ah wir wollten halt noch was hin mal äh hin hinbauen mann mann oh ey oh gar nicht so schlecht sechster platz okay dann liebe freunde dann würde ich mich für diese folge masterboulders bilders verabschieden wenn es euch gefallen hat gerne einen daumen da lassen ein kommentar wenn ihr möchtet und wenn ihr auch wollt gerne ein abo und folgt gerne meinen discord damit ihr neuigkeiten erfahren könnt und das werdet ihr sowieso erfahren wenn ihr dann reinguckt und da sehen wir uns bis zum nächsten mal euer propel bis zum nächsten mal